Also, ich würde gerne Fett abbauen, habe aber Angst, Muskelmasse dabei aufzuverlieren. Spannendes Thema. Das ist, glaube ich, schon 100 Millionen Mal besprochen worden. Und das ist auch immer in den Köpfen der Menschen, ist immer dieser sogenannte Katapolenteufel, nennt man das. Also ich mache jetzt seit über 30 Jahren Coaching, ich kenne diesen Katapolenteufel gar nicht. Das war aus einem ganz einfachen Grund. Und solange du dich bewegst, intensiv bewegst, wirst du, wenn überhaupt, so minimal Muskelmasse verlieren, dass es sich nicht lohnt, darüber zu reden. Ich habe jetzt Leute, die verlieren jetzt in einer harten Reduktionsteam, wenn sie auf Wettkampf gehen, verlieren die 800 bis 1000 Gramm Muskelmasse von 48 oder von 47 Kilo. Jetzt rechnest du dir mal, zum Beispiel 800 Gramm Fleisch kannst du dir vorstellen, und das auf dem ganzen Körper. Was ist das dann? Minimal. Minimal. In der Regel, wenn man keine harten Wettkampfvorbereitung macht, dann habe ich sogar erlebt, dass manche in der Reduktionsteam jetzt sogar noch einen Muskelmasse einen Tick zulegen, weil das eine andere Art von Training ist, weil das Reizzeitfantasy verändert. Wenn du dich ins Bett legst und nichts mehr tust und dann deine Zufuhr an Nährstoffe einschränkst und Protein zu wenig ist, dann könnte es sein. Und warum ist es dann so? Weil du ja keine Reize an die Muskelfaser sendest. Wenn du aber jetzt trainierst, auch wenn du mit höheren Wiederholungszahlen trainierst und wenn du ein leichtes Kaloriendefizit hast, dann sorgt der Körper dafür, durch die Reize, die du setzt, durchs Training, dass es eine Muskelmasse erhaltet. Und jetzt kommt noch etwas ganz Spannendes. Wenn Menschen etwas weniger essen, was produziert der Körper dann? Ein Schutzhormon. Wachstumshormone. So, in dem Moment sagt der Körper, Wachstumshormone spiegeln wir uns nach oben, weil wir von außen weniger Nährstoffe bekommen, müssen wir mehr Wachstumshormone produzieren, um das ganze System zu erhalten. Also über diesen Muskelsubstanzverlust, das ist das Wenigste, wo man darüber nachdenken muss. Überhaupt nicht. Gar nicht. Da musst du überhaupt keine Sorgen haben. Hast du das eigentlich schon immer gehabt, dass wenn du sowas machen wolltest und sagst, es könnte vielleicht Muskelmasse runtergehen? Ja, deswegen wollte ich immer weiter. Ja, genau deswegen. Das ist ein absoluter Denkfehler. Auch immer dieses Versuchen, Körperfettmasse runter, Muskelmasse hoch. In der Fettreduktion arbeitet man in der Regel in einem größeren Reizzeitfenster. Das heißt, wenn du im Krafttraining bist, hast du etwas kleineres Gewicht und du hast eine längere Reizzeit vom Muskel. Zusätzlich isst du etwas weniger Kalorien. Wenn du im Muskelaufbau bist, drehst du das ja um. Also muss man sich doch eindeutig entscheiden, was will ich denn überhaupt? Wenn du, ich nehme immer das Beispiel, auf zwei Hochzeiten tanzen. Kann man auf zwei Hochzeiten tanzen? Das geht nicht. Du kannst entweder auf der einen Hochzeit tanzen oder auf der anderen Hochzeit. Man muss sich immer eindeutig entscheiden, was möchte ich jetzt erreichen. Und das ist immer das meiste. Muskelmasse aufbauen, Fettmasse reduzieren. 90% der Bevölkerung hat welchen Bedarf? 90% der Bevölkerung hat den Bedarf, überhaupt mehr Fett abzubauen. Weil bei mir kommen ganz selten Menschen oder Personen, die zu wenig Muskelmasse haben. Das kommt super, super selten vor. Also es ist vielleicht von allen, von 100, die kommen, sind das vielleicht 8% oder 7%, mehr sind das gar nicht. Alle anderen haben genügend Muskelmasse, aber die Fettmasse ist bei den meisten einfach überdurchschnittlich hoch. Und so macht es erstmal Sinn, die Fettmasse zu reduzieren. Und da kann ich auch ganz klar beobachten, dass die meisten dann in der Muskelmasse gleich bleiben. Vielleicht so eine Toleranz, 100 Gramm, 150 Gramm hoch oder runter. Und wenn du erstmal 150 Gramm rechnest, das ist ja nicht sichtbar. Die meisten sagen, ja, aber ich habe abgenommen, mein Arm ist viel dünner geworden. Und meine Oberschenkel sind viel dünner geworden. Ja, wenn ich 4000 Gramm Fett verloren habe, dann ist ja auch logisch, dass der Oberschenkel etwas dünner wird. Und dass der Oberarm etwas dünner wird. Man darf halt da nicht die Muskelmasse mit der Wassermasse und Fettmasse verwechseln. Ihr habt eine Fettmasse und wenn ihr zum Oberschenkel greift, da ist ja auch noch was da. Und wenn die weniger wird, dann nimmt der Umfang ab. Aber viele deklarieren das dann natürlich sofort als Muskelmasseverlust. Ist aber kein Muskelmasseverlust, definitiv nicht. Solange ihr trainiert und durch hohe Intensitäten versorgt, wird der Körper einen Teufel tun, aber nicht Muskelmasse abbauen. Und dann nächste Frage, beim Training dann, da kann ich ein bisschen variieren. Also höhere Wiederholungsanzahl, da kann ich mal 20 bis 30, 3 bis 3 Sätze machen. Ja, du solltest dich eindeutig entscheiden, was du jetzt möchtest. Wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt Fett reduzieren, dann hast du ein Zeitfenster von der Belastungszeit von über 60 Sekunden. Also wirst du automatisch mit etwas höheren Wiederholungszahlen arbeiten, ab 15 Wiederholungen und du wirst die Bewegung langsamer ausführen. Dass du auch in dem Reizzeitfenster landest. Wenn du immer die Bewegung so schnell machst, dann bist du natürlich mit 10, 15 Wiederholungen in 30 Sekunden fertig. Dann bist du ja außerhalb des Reizzeitfensters. Deswegen das Reizzeitfenster vergrößern, langsamer bewegen und dann entstehen zwei Dinge. Du hast erstmal die rote Muskelfaser belastet, weil die Reizzeitfenster groß geworden ist. Und was entsteht durch eine langsame Bewegung noch? Du konzentrierst dich auf die Bewegung. Du hast letztens schon selbst gemerkt oben, dass wenn du es langsamer machst, dass du den Muskelfühl besser spürst. Also hast du eine wesentlich bessere Muscle-Brain-Connection. Muscle-Brain-Connection kennt ihr alle. Das ist eine Verbindung vom Gehirn zum Muskel. Das Gehirn kommuniziert mit dem Muskel und wenn du halt eine Bewegung zu schnell machst, dann lässt sich das nicht richtig steuern. Dann ist die Fehlerquelle bei der Bewegung zu hoch. So, dann kannst du höhere Wiederholungszahlen, langsamer trainieren. Oder du nutzt Intensitätstechniken. Nun, Intensitätstechniken sind Supersätze, Reduktionssätze oder Giant-Sätze oder Kraftzirkeltraining. Durch Giant-Sätze, durch Supersätze, durch Reduktionssätze werden die Pausen zwischen den einzelnen Sätzen minimiert. Und dadurch befindet man sich automatisch am langen Reizzeitfenster. Die Frage ist immer, wenn man so drüber nachdenkt, welche Sportlergruppe weist in der Regel am wenigsten Fett auf? Keine Bodybuilder, jetzt meine ich nicht die in Wettkampfphase, sondern welche Sportlergruppe, die regelmäßig Sport machen, haben am wenigsten Fett? Marathonläufer. Ja, genau. Warum? Was machen die? Die bewegen sich lang und ständig. Also, was wird da passieren? Die reizen natürlich die ganze Zeit in der Regel ihre roten Muskelfasern. Weil die rennen ja keinen Speed auf Vollanschlag, sondern die rennen ja in einer gewissen Herzfrequenz. Und die schulen ja jeden Tag ihren Fettstoffwechsel. So, in dem Moment weiß man ganz genau, aha, was machen die? Die machen lang ausdauernd eine Bewegung. Also simuliere ich so etwas Ähnliches auch im Kraftsport. Lang ausdauernd die Bewegung halten, die Pausen etwas kleiner machen. Was macht man normalerweise im Krafttraining? Normalerweise macht im Krafttraining 6, 8, 10 Wiederholungen, manche sogar 12. Macht die in 20 Sekunden und macht dann zwei Minuten Pause bei den meisten. Das heißt, du hast ein Reizzeitfenster von 20 Sekunden gehabt, hast aber den Wunsch, dass der Körper Fett verbrennt und machst danach zwei Minuten Pause. Das ist nicht zielführend, weil da ist die Pause lang. Wenn man natürlich im Muskelaufbau steckt, dann ja, weil dann braucht der Körper diese Pausen zwischendurch, damit du natürlich bei der nächsten Satze mit großen Gewichten arbeiten kannst. Beim Kraftausdauertraining geht es nicht darum, das Gewicht zu steigern. Also wenn jemand im Kraftausdauertraining seine Gewichtsbelastung steigern kann, ist das schön, aber das muss nicht sein. Viele kommen zu mir und sagen, jetzt klappt es nicht, ich kann das Gewicht nicht steigern. Im Kraftausdauer, dann sage ich, du machst ja auch Kraftausdauer. Und Kraftausdauer ist kein Krafttraining, kein Hypertrophietraining, das ist ein Kraftausdauertraining. Und indem du die roten Muskelfasern trainierst, das sind die langsam zuckenden Muskelfasern, kannst du nicht die Kraft steigern. Das geht nicht, das muss ja auch nicht sein. Was das nicht wünschenswert ist, das braucht man in dem Moment nicht. Wenn es tatsächlich so sein soll, dass die Belastungsgewichte sich ein bisschen steigern, dann ist das schön. Da machen wir einen Haken dran und freuen uns, aber es ist nicht zielführend. Zielführend ist, dass du zumindest, wenn irgendwie geht, die Gewichtsbelastungen halten kannst. Manchmal gehen sogar die Gewichtsbelastungen einen Tick nach unten. Warum gehen die einen Tick nach unten? Weil du weniger Energie zuführst. Um natürlich den Fettstoffwechsel anzurecken, muss man ein bisschen weniger Energie zuführen, wenn der Körper tatsächlich verbraucht. Und die Energiebereitstellung über Fette ist natürlich nicht so wie die Energiebereitstellung über Kohlenhydrate. Energiebereitstellung über Fette bedeutet, als du hervorstellst, machst du jetzt ein Feuer und du schüttest ins Feuer Benzin rein. Dann macht es Puff und es ist weg. Das sind die Kohlenhydrate. Und du machst ein Feuer, machst Heizöl rein. Dann brennt es und brennt es und brennt es. Das sind ganz unterschiedliche energetische Entwicklungen. Und so kannst du auch immer die Querbrücke finden. Also höhere Wiederholungszahlen, kürzere Pausen, langsame Bewegungen.